Ja, guten Morgen. Thermometer zeigt minus drei Grad. Leichter Wind von Norden. Ich bin heute an einem meiner Lieblingsspots zum Fotografieren von Rehen. Das ist auch mein, sag ich mal, erster Spot gewesen, an dem ich fotografiert habe und auch gut fotografieren konnte. Den Spot laufe ich pro Jahr vielleicht zwei, drei Mal an und heute das erste Mal in diesem Jahr in der Hoffnung am Paris zu sehen. Leider hat es nicht geschneit, trotz der Kälte. Mal schauen, was der Morgen bringt. Und ich habe noch ein Nachtsichtgerät dabei, um gegebenenfalls, ja, wild, was auf meiner Strecke liegt irgendwie, dass ich stehen bleibe und warte, was passiert. Oder an dem Ziel, an dem Spot selber, am Fotospot, um dann auch umliegend die Hochstände abzusuchen, ob nicht gegebenenfalls ein Jäger da ansitzt und mich aus Versehen abblitzen lässt. Genau. Ja, ich werde mal das Licht ausmachen, Sachen packen und dann los geht's. So, es ist noch ziemlich dunkel. Wind ist ziemlich frisch, von Noten kommt. Ich hoffe, das passt. Ja, immer mal gucken. Nicht auch irgendwas schon auf dem Weg steht. Ah, ein paar hier. Da muss ich mal schauen, dass ich mich langsam noch ein Stück nähere, aber die sind noch ein ganzes Stück weit weg. Okay. Ich glaube, ich habe ein paar hier gefunden. Gleich kommen sie ja noch ein Stückchen näher. Sehr schön. Oh, es sieht aus, als würde die hier kommen. Ich glaube, jetzt muss ich mal mein Zeug zusammenpacken. Auspacken, meine ich. Und dann, der Wind steht ungünstig. Es ist noch ziemlich dunkel. Aber mal schauen. Vielleicht, wenn ich mich beeile, kann ich ein paar Aufnahmen oder Fotos machen. Ich komme näher. Jetzt muss ich mal kurz ausmachen. Ich komme inançzenten. Bedeutung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020